Meine Fresse. So, soll ich speichern, soll ich speichern? Ich glaube, ich speichern lieber. Besser ist das, glaube ich. Also, es ist, glaube ich, wirklich einfach sehr viel Zeit fressen, da nicht zu speichern und das 10.000 Mal zu probieren, als gesagt, immer zu speichern nach jedem Mist hier. Aber es macht auch einfach so keinen Spaß, ne? Die ganze Zeit so... Da ist er mal zu meinem Vorteil geglitscht. Man hat das gesehen. Er war eigentlich am Runterfallen, aber dann... Ne, ist er hochgeglitscht. Zack. Musste ja sein. Ja, hör mal auf. Dass er wenigstens nur an diesen blöden Kanten wegglitschen würde. Dann... Okay, ne? Es ist schon nervig genug, dass es das ist. Aber warum springt der einfach nicht, wenn ich die Sprungtaste drücke? Also, mal... Du musst ich... Wenn der Kanten hat, dann hat der irgendwie die Priorität... Er scheint es in der Berechnung der, ähm... Von der, die dahinter irgendwie steckt. Glitschen, an der Kante runterfallen steht vor Sprungtaste. Das ist irgendwie zuerst. Also, es gibt irgendwie so eine Reihenfolge von wegen, ähm... Was der Programmierer dem Spiel gesagt hat. Ähm, was du... Wie sie beachten soll. Und das ist dann erst einmal... Ich frage erstmal ab, ob da eine, ähm... Kollision ist. Ob das, ähm... Der Sprung... Theoretisch funktioniert. Wie geht der Spieler? Das frage ich als erstes ab. So. Und dann... Frage ich ab, was gibt der Spieler denn eigentlich ein? Und deswegen springt der einfach nicht. Obwohl ich die Sprungtaste drücke. Weil er da schon am Berechnen ist... Ne, der Spieler, der fällt jetzt runter. Bevor er überhaupt gecheckt hat... Ach, der Spieler will springen. Also, ich muss nicht, ähm... Zehn Kilometer bevor ich, ähm... Da drauf springen... Macht glaube ich keinen Sinn. Zehn Kilometer bevor ich... Springen will, muss ich schon springen. Aber dann... Da! Ist doch... So... Mäuse melken! Das ist bei den neuen Tumpoide-Teilen ganz gut, dass sie sich immer festhalten hat. Bei den alten hat sie sich auch schon festgehalten, ne? Ich glaube, ich habe schon immer gemat. Dass sie sich auch an Kanten festgehalten hat. Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass das Spiel bei vielen, ähm... Aufgrund dieser blöden Sprungmechanik, ähm... Unten durch war. Und das ist einfach schade. Es hat so viel Liebe, so viel... Aber das ist genau das gleiche Problem, was auch Gothic immer hat. Also Piranha Bytes. Piranha Bytes kriegt es nie hin. Die haben es noch nie hingekriegt. Ein vernünftiges Kampfsystem. In keinem ihrer Spiele gibt es ein vernünftiges Kampfsystem. Es ist immer einfach absolut unfair. Es ist, ähm... Oder sinnlos wie bei Gothic 3, äh... Du kannst da Millionen Feinde haben. Du schnetzelst dich da so durch einfach. Weil die Gegner dich gar nicht schlagen. Ähm... Wenn sie dich schlagen würden, würdest du das eh nicht schaffen. Weil es einfach so viele auf einmal sind. Und es ist einfach sinnlos. Und die müssen echt mal denjenigen, der für das Kampfsystem zuständig ist, einfach mal feuern. Und mal vernünftige Leute da einstellen. Weil das macht einfach die Spiele kaputt! War wahrscheinlich der gleiche Typ, der das hier gemacht hat, ne? Naja, keine Ahnung. Aber... Das ist einfach zu traurig. Ein Spiel aufgrund sowas von, ähm... Leider und das ist alles andere so cool. Ist wieder bei Gothic auch. Die Kampfmechanik ist einfach, wenn du bist. Aber das ganze Drumherum, die haben einen super geilen Flair. Es ist eine schöne Optik immer schon gewesen. Es holt jetzt immer Zeit entsprechend. Und, ähm... Es war einfach sehr viel Liebe zum Detail drin. Nur hat es halt immer, immer diese eine Sache gegeben, die einen total abgefuckt hat. Und das war... Gothic war das Kampfsystem. Großes Details fände ich zumindest. Hier ist es... Die Sprungmechanik. Na... Das ist einfach... Wurscht. Schade! Mann! Schon wieder! Nee! Geh und litschen! Dann... Ach, der Spieler hat Springer gedrückt? Nee, hab ich nicht mehr mitbekommen. Da war ich schon, ähm... Da hab ich schon gesagt, nee, 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 nee. Da fällt er jetzt runter. Aber wenn du erst springst und dann nach vorne drückst, macht ja auch keinen Sinn. Weil dann springt er zu kurz. Muss es ja gleichzeitig drücken. Aber du musst den Charakter auch immer in die richtige Richtung drehen. Was war das denn jetzt? Ey, du hast... Also... Leute, du machst... Äh... Pause oder sonst was. Der war mit dem Arsch in dem Stein und ist dann einfach weggerutscht. Der war da drinnen. Der stand in dem ganzen Dingen drinnen. Nur der Kopf guckte gerade noch raus. Warum? Was soll sowas? Da kann man doch dann auch nicht auf die Doofheit der Spiele dann schieben, sowas. Nein, das war so Doofheit von dem Programmierer so eine Mist zu machen. Habt ihr einfach Scheiße gebaut? Eigentlich habe ich bei den ganzen Durchgängen noch nie so viele Probleme gehabt. Ich habe das Spiel schon so oft gespielt. Das weiß ich schon. Ihr müsst das jetzt tatsächlich gleichzeitig nochmal auf dem Computer spielen, um es einfach zu vergleichen. Das blöde ist nur, dass die... Die... Das Spiel ist halt... Ist halt nur ein Windows-Spiel. Und mein Tower-Rechner, auf dem ich theoretisch Windows habe, der ist, ähm... Seit... Ja... Acht Jahren... Nicht mehr angewiesen. Und er tut's auch nicht mehr. So, ich frage mich gerade... Nein. Ich muss definitiv... Ey, ich habe gerade dreimal nach unten gedrückt, bevor der nach unten gegangen ist. Und ich spiele mit Original-Controllern, ne? Verdammte Haksui. Das sind keine, ähm, nachgemachten Controller oder so. Das könnte ja auch immer so ein Problem sein, wenn man nicht Original-Controller nimmt. Und... Dass die... Von den Druckpunkten und sonst was einfach nicht so ideal sind. Nein, das ist es nicht. Aber im Grund, warum ich immer lieber Original-Controller habe... Ich meine, ich habe jetzt für den... NES... Habe ich... Keine Original-Controller. Ich habe auch keinen Original-NES. Ich muss den irgendwann auch holen. Weil nämlich jetzt hier zum Beispiel das, ähm... Äh... Äh... Twin Dranks, der nicht auf den Retron läuft. Aber ich auch... Auf jeden Fall spielen will. Das hätte ich mir ja nicht gekauft. Ja! Ja! Was war das denn? Es hat funktioniert. Ähm... Deswegen brauche ich mir dann noch einen Original-NES. Dann habe ich ja auch den Controller. Ich habe da mal einen gesehen bei, ähm... Facebook Original-Verpackt, ähm... Wurde nie geöffnet. Oder... Wurde nie geöffnet. Stimmt dabei. Ist also noch versiegelt. Äh... Und man soll sich mit Preisvorstellungen melden. Ich habe keine Ahnung, was sowas wert ist. Aber es würde mich auf jeden Fall reizen. Und ich würde das Ding auspacken und spielen. Weil einfach nie einer dann angefasst hat. Ähm... Auch wenn das totale Wertverluste wahrscheinlich ist. Ähm... Aber... Ich finde es dann geiler, eine neue Konsole zu haben, die noch nie einer angekrabbelt hat. Ähm... Keine Ahnung, was sowas, wie gesagt, wert ist. Und wahrscheinlich ist es mir einfach nicht wert. Wiederum, ne? Also... Weiß nicht. Keine Ahnung. So ein NES kriegt man ja schon relativ günstig. Da muss man nicht viel für ausgeben. Und wenn es da so Dinge irgendwie noch zielt gibt... Ich glaube nicht... Das... Das... Äh... Nur ansatzweise meinen Preisvorstellungen entsprechen würde. So... Wir sind schon ein ganzes Stück weiter. Schon. 100 Parts später. Und 300 Millionen mal speichern und laden. Später. Besonders laden. Das sind es nur zwei Sprünge. Oder? Doch. Zwei. Und ich habe ja meine Taktik geändert, falls ihr es gesehen habt. Und ich, äh... Drehe mehr wir nicht mehr. Mh... Wilde Frage. Wo wo ich hin? Ne, anscheinend doch nicht. Hm? Ich glaube, ich muss jetzt hier langlaufen, oder? Ist doch hier nur hingemusst. Wuhuhu. 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 Schnell da rein. Yeah! Geschafft, ey. Okay. So, voll. Ah! Speichern! Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt schon aus dem Hive raus sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt richtig was an Content. Also jetzt sind wir aus dem... ...diesen... ...ekligen... ...unterirdischen... ...Höhlendingen raus. Und sind jetzt hier, wie ihr seht, in einer gemauerten... ...gemauerten Gewölbe drin. Und das ist, ähm... ...das ist, wie gesagt, was ich... ...das Story-mäßig auch... ...mit ganz cool finde. Ah ja, da haben wir... ...und... ...eine neue Waffe. Ein Morgenstern. Das ist eine ideale Nahkampfwaffe. Ich frage mich nur, warum sie ausgerechnet hier herumliegt. Hoffentlich ist ihr vormaliger Besitzer nicht auch noch in der Nähe. So, wir haben eine bessere Nahkampfwaffe. So, effektive Nahkampfwaffe, einfache Nahkampfwaffe. Nahkampfwaffe, effektive Nahkampfwaffe. Ähm, ne? Hat glaube ich so... ...gleiche... ...Hit-Range wie... ...das andere. Aber... ...ja. Ähm... So, hier gibt auch noch mal... ...Teile meine ich zum... ...Springen? War hier doch noch nicht. Also hier kann ich ja nicht springen, das ist ja... ...viel zu weit. Ach, da war der... ...Knopf. So. Das war nämlich auch so eine Art... ...Rätsel hier. Ähm... ...so. Ich glaube wir müssen einfach nur... ...hier drauf, ne? Ach ne. Da kommen wir ja jetzt nicht rüber. Wollen wir mal eben kurz, ähm... ...speichern. Mal eben nämlich zu dem... ...da rüber laufen. Da ist nämlich wer. Also jetzt laufen wir. Da muss ich jetzt natürlich wieder springen... ...und deswegen speichere ich ja auch. Ähm... Weil zumindest auf der... ...PC-Variante bin ich da... ...so oft runtergefallen. Da. Nummer eins. So. Also da muss ich halt schuldig runterfallen. Also es kann ja nicht sein... ...es darf ja nicht sein, dass ich das hinkriege. Nein. Also drauf einhieb. Never. Never. Niemals. Das können wir nicht zulassen, sowas. Das geht ja gar nicht. Ja. Loading. Loading, Loading, Loading. Hm. Hm, hm, hm. Warum? Warum willst du denn nicht springen? Wir haben dir ja gar nichts getan. Du bist so gemein. Hallo. Ja. Immer noch. Noch mehr Loading. Weckt mich in der Gnadenheit, ja? Oh, doch schon. Yeah! Schade! Ich bin schon verletzt. Ich bin Fredo, ein harmloser Schach. Ich war in Steamer Park, als mich plötzlich diese widerlichen Kreaturen angegriffen und mich in dieses Verlies hinuntergeschleppt haben. Glücklicherweise gelang es mir, durch einen Felsspalt zu fliehen. Dann habe ich mich heillos verirrt. Zumindest habe ich dann diese Räume hier entdeckt, die wohl einst einmal bewohnt gewesen sein müssen. Und einen Schlüssel, der die Tür dort drüben öffnen müsste, habe ich auch. Als ich dann aber versucht habe, auf die nächste Plattform zu springen, habe ich mir das Bein gebrochen. Und seitdem sitze ich hier fest. Ich schwöre dir, bei den Mundtüchern meiner Ahnen, dass ich nichts Übles im Schilde führe. Ich gebe dir sogar den Schlüssel, wenn du mir hilfst, dort hinüber zu kommen. Wirst du mir helfen? Mein Name rührt nicht daher. Es fällt mir jetzt gerade erst auf, dass mein Name, Fredo, Fredo Place, hier tatsächlich vorkommt. Den habe ich nämlich tatsächlich mal selber überdacht, aber das ist eine andere Story. Aber danach, nachdem ich den ja dabei ausgedacht hatte, zu meiner Review-Zeit, habe ich den dann mehrfach tatsächlich gefunden. Naja, klar habe ich dir. Vielen Dank, mein Freund. Hier ist der Schlüssel. Und nimm auch einige dieser alten Schätze, die ich in einer besonderen Kammer dieses Labyrinths gefunden habe. Vor allem dieser Zauber namens die Eisklaue wird dir dienlich sein. Er friert deine Gegner im Kampf kurzzeitig ein, wodurch du wenige Sekunden gewinnst, um dich zum Beispiel in eine vorteilhaftere Kampfposition zu begeben. Um ihn durch Drücken der Zaubertaste anwenden zu können, musst du ihn zuvor in deinem Charaktermenü ausgewählt haben. Ja. Das ist klar. Geh nur. Ich finde dann schon selbst nach draußen. Dann habe ich dir jetzt aber nicht wirklich geholfen. Ich verwende das nicht aus, sondern versuche es natürlich normal hier rumzukommen. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ich darf nicht die Lauf- und Taste gedrückt halten. Ich muss jedes Mal neu drücken. Und jetzt meine ich, muss ich einmal hier zurück. Dann bleibt der nämlich bestehen. Und dann da drauf klappt nicht. Dann muss ich nochmal in den Kreis gehen. Boah, ist klar. Weil ich nicht in die richtige Richtung geguckt habe. Das heißt, du musst immer in die Richtung gucken, in die du läufst. Und jetzt, ähm, jetzt läufst du halt daneben. Aber wir haben auch den Eistauer behalten, also alles gut. So. Mal rum. Ähm, mhm. So. Jetzt kommt die nach vorne. Jetzt nochmal hier lang drauf. Aber das hat ja nicht funktioniert, ne? Ja, da geht der nämlich wieder weg. Also gehen wir einfach nochmal in den Kreis. Den hatten wir jetzt schon betätigt. Weiß nicht mehr genau. Weiß nicht mehr genau. Ne, das bringt ja hier gar nichts. Äh. So, der nach vorne. Aber ist das immer... Kann das sein, dass immer der Knopf für die Richtung ist. Ja, hat auf jeden Fall funktioniert. So, jetzt ist immer die gleiche Richtung, die man drückt. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob jetzt, äh, was Spezielles kam. Ne, war noch nicht. Äh, 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 äh. Da sind noch ein paar Münzen. Die werden natürlich einsacken. Ich meine aber hier wäre noch... ...so ein... ...Draht... ...Drehkäfer gewesen. Na, die Mannersteine brauchen wir nicht. Was ist der denn? War der nicht gerade noch ein... ...Gegner? Jenny Schifft Zeit, пока ein offering. Ciao. 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 Ciao.